Hallo, Servus und Grüezi miteinander und herzlich Willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Dock. Ja, guckt mal, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar die Ladestation für eure Controller für die PlayStation VR 2. Und die Schachtel sieht so aus und die Controller sehen so aus auf diesem neuen Ladedeck. Und ja, ich finde, das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Richtig sexy, oder? Schön aufgeräumt. Und wenn das Teil kommt, müsst ihr erstmal hier hinten Strom einstecken. Und wenn ich das so hochhebe, ich merke auch, und ich will es euch sagen, da ist ein bisschen Gewicht dahinter. Also das fegt man nicht so schnell vom Tisch runter. Und dann habt ihr hier noch ein kleines Netzteil dazwischen. Ist jetzt nicht wahnsinnig groß, so Handvergleich. 14 Watt. Wollen wir doch gleich mal gucken, wie schnell die Dinger geladen sind. Und was ihr nicht vergessen dürft, ist, in der Schachtel sind solche kleinen USB-C Adapter mit drin. Denn die sind wirklich relativ klein. Und die steckt man hier unten rein, weil ihr hier keine USB-C Stifte habt, die da reingesteckt werden. Sondern ihr habt hier einen Magnetkontakt. Und ja, wenn das Ganze erledigt ist bei beiden Controllern, könnt ihr die Dinger hier drauflegen. Und dann werden die geladen. Und ja, es ist so, ich habe es auch schon gelesen in den Foren, es wird ein bisschen bemängelt, dass die Dinger halt nicht komplett von alleine da reinschnappen. Und dass es ab und zu ein bisschen friemelig ist, bis die drin sind. Leute, ja, die ersten zwei, drei Mal muss man so ein bisschen gucken, wo sind sie denn, sind sie drauf. Aber dann hat man es auch. Man hat ja auch noch die LED vorne, die einem anzeigt, dass sie geladen werden. Denn ich finde es in Ordnung so. Es wird nicht viel mehr von einem abverlangt, als ein Kabel einzustecken, was ungefähr gleich kompliziert ist. Bloß hier könnt ihr sie super schnell wieder wegnehmen. Sie sind aufgeräumt. Ich finde es cool. Also ich habe richtig Spaß an den Dingern. So, jetzt wollen wir aber doch wissen, wie lange ist denn die Ladezeit? Aber bevor ich euch das sage, muss ich euch auch noch ein bisschen erklären, wie ich die entladen habe. Und ich sage euch auch direkt, wie lange das das gedauert hat. Weil dann können wir mal ein bisschen vergleichen. Und zwar habe ich das wie folgt getestet. Guck mal, das ist mein Schallplattenspielertest. Und da habe ich jetzt einfach mal so einen Controller genommen, da drauf gelegt. Und den anderen Controller, den habe ich nebenan hingelegt. Und ihr seht es auch unten, die werden getrackt. Und ich habe die ganzen Stromoptionen meiner Playstation ausgeschaltet, dass ich die auch die ganze Zeit habe laufen lassen können. So, und der dreht sich. Ja, Leute, euch fällt das richtig auf. Da wird kein Trigger gedrückt. Der benutzt natürlich auch noch, der braucht richtig viel Strom, unser Trigger vorne. Und jetzt aber mal ohne den kam ich auf eine Akkulaufzeit von 3 Stunden 37 Minuten. Und ihr seht, der rechte Controller, der hat noch Akku. Der lag da nämlich daneben. Und der hat weniger Strom verbraucht. Ist ja irgendwo auch logisch. Und jetzt, ich habe wirklich keine Referenz dafür, wenn man jetzt auch noch den Trigger vorne drückt, wie lange das das dauert. Und da wäre ich mal ganz froh um eure Erfahrung. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Akkulaufzeit unter meiner liegen müsste. Also bin ich jetzt sehr gespannt. Jetzt waren die beiden Controller leer. Ich habe natürlich gewartet, bis der zweite auch leer war. Und dann habe ich die auf diese Ladestation hier gelegt und wollte natürlich wissen, wie lange dauert das. Jetzt haben die hier vorne LEDs. Und solange die immer wieder pulsierend blinken, läuft das Ganze. Ich zeige euch das. Guck mal hier. Ich habe extra ein bisschen abgedunkelt, damit ich dann auch später sehe, wenn hier vorne die LEDs leuchten. Und die waren voll exakt nach einer Stunde, 15 Minuten und ein paar Sekunden. Ordentlich. Ordentlich. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Aber die waren auch komplett leer gelutscht. Also da war ja wirklich so lange, bis die Dinge abgeschaltet haben. Also ich finde es echt, wie schon gesagt, eine saubere Sache. Und kann ich eigentlich bloß empfehlen für jeder, der auch gerne möchte, dass die aufgeräumt sind. Ich hatte vorher echt das Problem, immer mit diesem USB-Kabel hier drin und dann lagen die so. Und dann ist das Kabel, drückt dann auch noch hier drauf. Und das gefiel mir nicht. Und das hier, sehr schön. So Leute, so viel von meiner Seite. Da würde ich mal sagen, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, auf den Abo-Knopf drücken. Like da lassen, gefällt mir immer. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Spielt was Schönes. Tschüss.